Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Das Jahr ist rum, das neue Jahr hat begonnen, 2022, mein erstes Video. Ich habe die letzten paar Tage krank im Bett gelegen, mittlerweile geht es mir wieder gut. Ich habe heute mir vorgenommen, aus diesen Resten hier, aus diesen Resten, mir ein Schneidbrett zu bauen. Das Thema Schneidbrett ist hier auf YouTube in der Holzwerker-Community sehr beliebt und auch ich habe mir nach zwei Jahren wieder mal überlegt, ein neues zu bauen. Wünscht mir Glück, dass es klappt und dass das Holz nicht unnötig klein gesägt wurde und am Ende doch in der Tonne landet. Wünscht mir Glück, dass das Holz nicht unnötig klein ist. Hier haben wir jetzt unsere 60 kleinen Stücke, die wir miteinander verleimen werden. Vorher möchte ich natürlich erstmal hier eine Mischung machen. So, hier haben wir unsere Grundplatte, unsere Anschläge, die wir jetzt gleich hier auf die Platte dranschrauben. Natürlich im rechten Winkel. Ich werde das Ganze jetzt einmal umdrehen und da schon mal ein paar Löcher reinbohren. Mitte. Dann zeichnen wir uns mal den Abstand hier genau an. Bevor ich mit dem Verleimen anfange, habe ich mal geguckt, welche Zwingen ich brauche, wie viele ich brauche und in welcher Reihenfolge ich anfange, das Ganze festzuzwingen. Ich mache das natürlich jetzt erstmal wieder alles ab und zeige euch, in welcher Reihenfolge ich angefangen habe oder anfangen werde. So, dann nehme ich hier so einen schönen rosaroten oder pinken Behälter und kipp da jetzt ein bisschen Leim rein. Mein Leim ist, glaube ich, ein bisschen kalt. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt so viel Leim brauche. Wenn mir noch was fehlt, kippe ich was bei. Dann haben wir hier so einen Silikonpinsel. Den können wir jederzeit sauber machen. So, jetzt müssen wir sehr schnell handeln. Wir legen jetzt mal die Stücke hier dran. Das drehe ich um, wie in der Beschichtung unten und werden anfangen, die hier erstmal dran zu machen. Diese Querstreben. Das muss echt ratzfatz gehen jetzt. Leicht anziehen. Nur leicht anziehen. Die Riegel erstmal runterdrücken. Es darf nicht zu fest sein. Es muss noch beweglich sein. So, dann nehmen wir uns weitere Zwingeln, damit wir das Ganze seitlich festziehen können. Auch hier ganz leicht. Nimmt da am besten Schraubzwingeln. Also ich habe hier diese Einhangzwingel genommen. Da habe ich das Gefühl, dass man da nicht so viel Power drauf geben kann. Deswegen habe ich mich doch für normale Schraubzwingeln entschieden. Dann nehmen wir unsere großen Zwingeln. Die wir hier von der Seite festziehen. Hier wird geben, von oben was geben. Von der Seite. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Aber das Ergebnis, das interessiert mich. So, das ist jetzt unser Block. Ich werde gucken, dass ich jetzt den ganzen harten Leim, der auf der Oberfläche zu sehen ist, dass ich das erstmal abgekratzt bekomme. Da die Unebenheiten jetzt minimal sind, versuche ich das mal mit dem Bandschleifer runterzuschleifen. Wenn es nicht geht, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ich habe jetzt den dicken Hobel ausgepackt und werde das Ganze einmal damit planhobeln. Sollte man, glaube ich, nicht machen. Wenn man jetzt unterschiedliche Faserrichtungen hat, kann es passieren, dass das Holz reißt. Genauso auch an den Kanten beim Rausfahren, dass die Kanten brechen. Um das zu verhindern, werde ich an die Seiten Multiplexstreifen dran kleben. Und wenn was an den Kanten passieren sollte, dann soll das Multiplex kaputt gehen und nicht das eigentliche Holz. Der Abtrag wird auf jeden Fall minimal sein, sodass ich mich so langsam rantaste und eine plane Oberfläche bekomme. So, ich habe die Leisten außenrum mit Sekundenkleber festgemacht. Wir werden jetzt einfach mal gucken, dass wir da ganz langsam mit minimalem Abtrag die Oberfläche glatt bekommen. Das ist jetzt passiert. Wir haben jetzt doch Ausriss, aber es ist gar nicht so schlimm, weil die Kanten nämlich noch abgesägt werden. Das heißt, absägen, schleifen, abrunden, da werden wir am Ende hoffentlich nichts mehr von sehen. So, der nächste Plan ist, also man könnte das Ganze jetzt so lassen. Was ich mir aber zwischenzeitlich überlegt habe, dass ich genau hier an diesen Fugen einen geraden Schnitt reinmache, einmal hier und einmal hier und dazwischen eine hellere Leiste reinsetze. Später dann nochmal, eventuell hier quer nochmal, ein paar Leisten noch reinzusetzen. Später dann nochmal, ein paar Leisten noch, ein paar Leisten noch, ein paar Leisten noch. Später dann nochmal, ein paar Leisten noch, ein paar Leisten noch, ein paar Leisten noch, ein paar Leisten noch. Ich trage jetzt Sicherheitshalte. trotzdem auf beiden seiten leim auf damit es nachher nicht zu wenig wird und das jetzt schon mal zusammenlegen das lassen wir jetzt erstmal so trocknen und dann können wir weitermachen und dann können wir jetzt auch noch ein bisschen mehr ab und dann können wir auch noch ein bisschen Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017